Am Luisenplatz in Darmstadt plante und realisierte das Architekturbüro H2 einen Friseursalon. Eine vollflächig verglaste Treppe führt nach oben in den Schneideraum. Eine offene und ruhige Raumgestaltung und der offene Blick auf den Luisenplatz stehen hier im Mittelpunkt des Entwurfs. Der Salon birgt lichte Arbeits- und zurückgezogene Ruhebereiche. Eine zentrale Workstation strukturiert den Arbeitsbereich, der sowohl geborgene als auch zentrale Schneideplätze mit Blick auf den Luisenplatz ermöglicht. Eine klare Lichtplanung und Materialauswahl unterstützen den von H2-Architekten Angelika Wendt und Claudia Bitte entwickelten Entwurfsgedanken. Der Schwerpunkt der Arbeit von H2-Architekten ist die Entwicklung individueller Lösungen im Entwurf- und Bauablauf. Dabei orientiert sich die Umsetzung an den funktionellen und gestalterischen Wünschen sowie dem Budget der jeweiligen Bauherren.